Wow, wir sind ziemlich stark. Jede Menge Fässer, jede Menge Zombies, würde ich mal sagen. Und ein Ticket. Alles klar, probieren wir es. Wir machen gleich so eine Ticketrunde, aber ich wette, denn nach denen hier kommen noch mehr. Deswegen spare ich mir das Ticket. Oder auch nicht, irgendwie bin ich draufgekommen. Dann machen wir den Wirbel. Niktos! Danach hat der Junge richtig Kopfweh. So, die erste Welle hier hätten wir. Aber natürlich kommt noch eine Welle. Ich würde sagen, damit haben wir alle gerechnet. Oh, werden das viele hier. Und rein hier. Sehr schön. Wir zersiebeln die Zombies. Cool! Bam! Wenn Nick da mitfliegt, sieht ziemlich witzig aus. Und ich wette, danach kommt noch eine Welle. Alles deutet darauf hin. Finger weg! Oh, du hast ja gar keine Finger mehr. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass hier noch eine Welle kommt. Au, au, au! Fuck you! Zeit aufzuräumen! Bam! Sechs auf einmal! Das musst du erstmal hinkriegen. Das gibt Kohle, Freunde. Und Medaillen. Wir zerlegen sie alle. Da wirbeln die Medaillen rum. So. Ich würde sagen, wir sind durch. Und weiter geht's. Au! Mit was hat er eben gerade geworfen? Mit einem Menschen? Hat er eben gerade einen Mensch aus dem Boden gezogen? Und wieso zur Hölle wurden hier so viele Menschen beerdigt? Nein, nein, nein. Blaue Energie. Gar nicht cool. Aus. Pfeu. Böse. Lass deine Fettfinger von mir. Deine Griffel kannst du dir sonst wo hinschieben. Du alter Schmierfink. Oh nein, oh nein. Heute wird nicht gefängert. Niemals. Oh nein, wo ist Rosalind? Rosalind! So, diesmal gehen wir hin. Irgendwas können wir holen. Na ja, so viele Münzen haben wir gar nicht. Hm. Ich hab irgendwie mit mehr gerechnet. Oh, dann mal hier drüben hin. Krasse Fähigkeiten. Was nehmen wir hier mit? 740. Boah, Wahnsinn. Ja gut, dann nehmen wir hier mal, äh... Kettensägen Bohrer. Nickshake. Da sind wir leider durch. Wir nehmen das Kettensägen Paradies. Das ist es, das ist es! Und den Rest sparen wir uns. Okay. Hurry, Juliette, get in! Rosalind! Ich war mir über dich. Du bist okay? Ja, ich glaube. Der Schmierer Busch ist, aber ich habe es verpasst. Hey, Rosalind. Schön, dass du dich in der Nähe. Uh, hm? Wie hast du den Bus fixiert, Rosalind? Juste letzte Woche, du musst deine Fahrt nach dem Shop, weil du nicht wusste, dass die Fahrt brauchte Öl brauchen. Wie kannst du wissen, wie... Rosalind, uh, wo sind wir? Rosalind? Hey. What the heck? We're dead! George. You're great! Where the hell are you? Oh, Sister Juliette and Brother Nick. Let's travel to the land beyond the doors of perception. Uh-huh. Ha-ha-ha-ha-ha. Step outside the boundaries of your mind. Lose yourself in the eternal, collective unconscious. Ha-ha-ha-ha. And rot. Listen, lady. Why don't you try using some deodorant? Because honestly, you smell like shit. This one was just as insolent. Ha-ha-ha-ha-ha. Rosalind! Now, open your heart and let my music guide you into the world of everlasting peace and rot and hell. Okay. Fucking creepy shit. Eine Hippie-Braut. Normalerweise stehe ich auf die 60er. Aber nicht bei dir, Baby. Oh, verflucht. Oh, verflucht. Seifen platzen können platzen. Alles klar. Wir nehmen hier mal die Munition mit. Und dann geben wir es der Alte. Ihr hält aber ganz schön viel aus. Mariska. Okay, was nun? Wir schweben. Boah, wir müssen hier drüben hin. Renn, kleines Renn. 4, 3, 4, 3, wir sind hier. Einmal durch die Fresse ziehen. Aber sowas von. Klon. Gar nicht gut. Das war jetzt aber sie. Ich weiß, wir haben ein Problem. Ich sehe es selber auch. Oh nein, das Hühnchen ist wieder hier. fucking Hühnchen-Zäller. Schieb's dir ja sonst wohin. Was zur Hölle ist das denn? Oh fucking shit. Au. Okay, ich lebe noch. Tat gar nicht weh. Ich dachte, das würde wehtun. Aber es war eigentlich ganz angenehm. Es war sehr entspannt. Alles klar, Hühnchen. wieder schon. Wow, 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 wow. Wieder zwei von denen hier. Die sind mies. Die sind richtig mies. Ich brauche Munition. Nochmal Munition. Und dann geben wir ihr. Oh nein, schon wieder so eine Runde hier. Und ich spring natürlich rein. Habt ihr irgendwas anderes erwartet? Ich nicht. Wir haben sie bald. Also wirklich viel Lebensenergie hat sie nicht mehr. Moment, die Mumpe. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Au. Au. Ein Schuss noch. Einen Schuss. Und jetzt holen wir sie uns. Aber ich wette, sie macht noch eine Runde. Ach, nee. Ich hab keine Ahnung, welche die echte ist. Woher soll man sowas wissen? Aber es ist creepy. Es ist absolut creepy. Aber wir blasen hier das Hirn weg. Eine riesige Hand. Nick, du bist gut. Immer wieder schön hier drauf. Irgendwas werden wir schon treffen. Fingernägel, was? Tödliche Schmetterlinge. Die ganze Sache hier wird immer abgedrehter. Naja. Wer würde in ihrer Lage nicht stinken? Rotten Meat. Oh, nein, 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 nein. Die Fingernägel. Oh, die Fingernägel. Wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie. Nur noch hier drüben hin. Und jetzt säbeln wir sie. Naja, vielleicht mal in eine andere Richtung nehmen. Oh, die Fingernägel. Choke an your Birkenstocks, you psilocybin-munching moron. Heavy. Peace out. Way out. Way out. Whoa. We've been here the whole time. Rosalind? She's not here. Hey there, Juliet. Are you ready to boogie-woogie? Who is this? The one you ain't gonna level up on. Why are you pretending to be Stephen Hawking? I got the freaky little super freak right here. Get your hands off of me, you zombie pedo. Juliet, don't worry about me. I... If you want your sister back, baby, you need to win a game with me. Make your way to the Fawlty Fun Center. I can't wait to party with your croc like it's 1983. It's a trap, Juliet. We can't just rush in there alone. We don't have any other choice, Nick. Who's gonna help us? Hey, baby. Daddy! Mr. Starling? I can't wait to see you. 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 Vielen Dank.